1.126 Euro Rente. Zählen Sie auch zu den armen Rentnern? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Am 18.07.2022 veröffentlichte das Internetportal Statistika ein Bericht zum Thema Armut in Deutschland. Im Jahr 2020 waren in Deutschland 20,4 Prozent der Bevölkerung von Armut direkt betroffen. Das ist eine wahnsinnshohe Zahl. Die Armutsgrenze liegt in Deutschland bei 60 Prozent des mittleren bedarfsgewichteten Nettoeinkommens von Privathaushalten. Wer in Deutschland im Jahr 2020 weniger als 14.109 Euro im Jahr verdient, gilt als armutsgefährdet. Das sind monatlich 1.175 Euro Nettoeinkommen. Das Wirtschaftswissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung WSI veröffentlichte im Verteilungsmonitor eine Übersicht der Armutsgrenzen für das Jahr 2020. In einem Haushalt, dessen Nettohaushaltseinkommen unter der Armutsgrenze liegt, werden alle Haushaltsmitglieder als arm betrachtet. Das ist erstmal so die Kernaussage. Nach dem von der EU gesetzten Standard liegt die Armutsgrenze bei 60 Prozent des mittleren bedarfsgewichteten Einkommens der Bevölkerung in Privathaushalten. Für einen Personenhaushalt sind das monatlich 1.126 Euro Netto. Wer also monatlich nach dem EU-Standard nicht mehr als 1.126 Euro Netto an Rente zur Verfügung hat, der ist schlicht und ergreifend arm. Er liegt mit seinem Nettoeinkommen unter der gesetzten Armutsgrenze. Nach der Rentenzahlstatistik der Deutschen Rentenversicherung vom 1.7.2021 oder zum 1.7.2021 erhalten versicherten Rentner monatlich im Schnitt 988 Euro Rente. Wobei Männer 1.179 Euro Rente erhalten und Frauen 801 Euro Rente. Als versicherten Rentner werden rund 17 Millionen Rentenempfänger erfasst. Wenn man also nach den Werten oder den Vorgaben der EU ausgeht, dürften 17 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland arm sein. Dass das natürlich so nicht gilt, ist auch klar. Viele, vor allem Rentnerinnen, das ist mir auch in meiner täglichen Arbeit klar, weil ich die Rentenbescheide sehe, und Rentner in Deutschland, die nur eine Rente als monatliches Einkommen erzielen dürften, somit als arm gelten. Wir gehen nicht nur von Einzelfällen aus, sondern von einer nicht erheblichen oder nicht unerheblichen Massenarmut unter deutschen Rentnern. Ich gehe davon aus, dass Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland arm sind, weil sie nicht mehr als 1.126 Euro monatlich netto an Rente zur Verfügung haben. Wir hoffen, dass sie nicht auch von Altersarmut betroffen sind. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.